Mario, letztes Spiel hier jetzt für Rapid. Was waren deine Gefühle jetzt bei der Einwechslung? Zunächst einmal war es unglaublich. Einfach, wie man das sieht in Steff. Das ist einfach eine Legende, Gänsehaut war das. Zu mir war es schon ein bisschen emotional, muss ich sagen. Da ich schon gefühlt fast mein ganzes Leben da gespielt habe. Das waren jetzt neun Jahre. Schon lange Zeit im Fußball. Ich habe alles erlebt mit Rapid, von der Akademie über die zweite Mannschaft bis zu den Profis. Unglaubliche Zeit, da werde ich auf jeden Fall vermissen. Du wechselst nach Kroatien. Was sind deine Ziele dort unten? Ja, meine Ziele auf jeden Fall, dass ich mich dort in die Mannschaft einspiele, Stammspieler werde und die Meisterschaft dort mitspielen kann, den Cup international hoffentlich auch. Das wäre so das Beste. Du sagst, das halbe Leben hast du hier verbracht? Tiest du dich irgendwann wieder in Hütteldorf? Also von mir aus, von mir aus sicher. Gerne, auf jeden Fall. Wenn es sich ergibt, dann sicher.